Hallöchen ihr Lieben, wie ihr seht den Tisch da unten habe ich nicht aufgeräumt, aber es geht jetzt zu meiner Mama mit Blümchen. Wir machen das so wie letztes Jahr, wir treffen uns mit meiner Schwester vor dem Fenster, klopfen, klingeln und dann wünschen wir ihr einen schönen Muttertag. Danach geht es weiter zum Friedhof und danach zur Mama von Hubi. Ein voller Sonntag. So, wir sind unterwegs, hinten sitzt kleine Mäuschen mit einem Blumenstrauß, ich bin ganz ehrlich, da habe ich gestern den ganzen Tag drauf gewartet, wir haben zwar die Blümchen für beide Mamas, aber ich wollte noch einen Blumenstrauß dazu holen, weil das war mir ein bisschen zu klein und deswegen, wir reduzieren die Samstagsabends beim Lidl, habe ich direkt zugeschlagen, die Hälfte hat der Strauß noch gekostet, ich stehe dazu. So, das hier sind die Blümchen, wo ich von erzählt habe. Schön, oder? Und können wir mal darüber reden, wie das für ein geiles Wetter ist. Klar ist es windig, aber es ist so schön. So, hier ist es jetzt ein bisschen windig, wir waren jetzt erstmal mal nach Oma und nach Opa. Die haben so Stähle, die sind halt verbrannt worden, sind in so einem Arbor drin. Und dann waren wir jetzt noch bei Hubis Papa. Und jetzt gehen wir langsam wieder nach Hause und dann geht es zur Schwiegermama, also zu Hubis Mama und damit dann ein bisschen Kuchen gegessen. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Wir haben umgeplant, meine Schwiegermutter kommt nach hier und wir essen den Zierkuchen. So, das ist das schöne Herz. Das habe ich gar nicht gefilmt, oh mein Gott. Jetzt habe ich ihn schon angeschnitten. Ich habe ein Foto. Ich habe ein Foto. Wir posten. Das kommt mit ins Video. Es wird nämlich jetzt lecker Kuchen gegessen. Das haben wir noch besorgt. Und natürlich darf Sahne nicht fehlen. Geh weg, geh weg. Meine Sahne. Gemeiner Mensch. Warte, ich versuche erstmal den großen Kuchen zu zeigen. Also, das war ein Herz. Das war richtig, richtig schön. Ich mache da noch ein Foto von. Das hat nämlich die Hanna mit der Oma zusammen gemacht. Und wie schmeckt der Kuchen? Super. So, die Mama von Hubi ist mittlerweile wieder drüben. Und er hat uns gerade Meetup-Essen gemacht. Wir essen ganz einfach spockete Ballonese. Und ich würde sagen... Das war auch gar nicht ganz einfach. Wir haben heute einfache Ballonese aus dem Tütchen gemacht. Keine selbstgemachte. Wir essen jetzt. Ich werde den Vlog jetzt beenden und ein bisschen bearbeiten. Und da war das heute ein kurzer, kleiner Vlog von unserem Muttertag. So, die Ballonese wollte ich euch nicht vorenthalten. Ganz einfache Ballonese. Die Essen war jetzt. Lass uns jetzt gut gehen. Guten Appetit, ihr zwei. Guten Appetit. Von euch verabschiede ich mich jetzt auch. Was ist hier eigentlich los? Naja. Von euch verabschiede ich mich jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und natürlich bis nachher zu Fassmophobia. Bis dann. Tschüss.